Drabia! Bajek! Wie? Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes, altes Mädchen. Wie du, hä? Hahaha, Bajek. Hepzifah sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Ka gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perang in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Jammu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt, und stehlen die Waren. Also, versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bajek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Die Arznei könnte hier überall sein. Senno kann mir helfen. von einer von einer von einer Untertitelung des ZDF, 2020 Drabi erwartet auf die Medizin. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey! Hey, Buzz! Hey! Hey, Buzz! Bajek! Wenn er Rache verzehren lässt, Bajek! Ich kann an nichts anderes denken, aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein.